Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Anonym Hannoverana. Nach seinem Release Fick Fame 2017 ist es nun an der Zeit für Anonyms erstes Soloalbum. Hannoverana beinhaltet 14 Tracks. Features kommen von Samra, Stresscar, Sengo und Sami. Das Album wird über Major Moves veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Box. Faze Kartoffel mit Attitüde. Nach seiner langen Pause meldete sich Faze 2016 mit seinem Album Rot zurück. Zwei Jahre später erscheint mit Kartoffel mit Attitüde sein zweites Solo-Release. Kartoffel mit Attitüde kommt mit 17 Tracks, Feature gibt es nur eines und dieses kommt von Vega. Das Album kommt über das Label RCA Deutschland und erscheint als CD und auch als Box. Crystal F, Panzerband und Billiges Crack Im März 2018 lieferte Crystal F gemeinsam mit Arbok und Crack-Klaus das Album Ausnahmezustand ab. Knapp acht Monate später kommt Hauke mit dem nächsten Release um die Ecke. Panzerband und Billiges Crack beinhaltet neun Tracks. Features kommen unter anderem von Carmo Caputo, Arbok und Crack-Klaus. Das Album wird über Rough Fiction Productions veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Bundle. AK Außer Kontrolle XY Nach Panzerknacker und ASSN kommt nun das dritte Solo-Album von AK Außer Kontrolle. XY kommt mit 16 Tracks, Features kommen von Contra K, Fuchs Außer Kontrolle, Vasil und Safir. Das Album kommt über Vertigo Berlin und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.